was kann man da machen einspruch euer ehren du kannst objekte als nahkampfwaffen benutzen entweder schlägst du mit ihnen zu oder du sekundärangriff fertigkeitspunkt ist gar nicht was ich nehmen soll es gibt ja nicht so viele heilschlag habe ich genommen sitzt du nahkampfangriffe ein wirst du gehe geheilt ja das ist gar nicht wie setzt man nahkampf ein das weiß ich auch nicht ich konnte also was ging wenn du ganz nah an den gegnern bist e drücken dann haut er die man kann auch drück mal haa wird person ja und schlechten mits zu ich wusste nicht wie man haut ja da kann man dann einfach so die weg treten wegschlagen rangehen und e drücken ich hätte die wegschlagen aber mit e geht das ne ja das ist schon witzig aber die andere ansicht gefällt mir besser ja finde ich auch besser also die direkt mit mit oh ja dass hier los deutsche ộgen rent ich glaube hier hinten ist noch energie der ist ja geil wohl am durchdrehen hier ich bin auch so ein schild ja ganz körper schild jetzt möchte ich ganz dringend heilung und nicht nur hier zählen jawohl comrade genau ich brauche dir Hilfe hier wird es fett heilung dann komme ich mal zu dir nimm das heilander ritter ja tot tot oh da kommen zwei große drei große noch mehr große noch mehr große hier was am helme you should talk to massimo this is also his hobby die doßen kann man aber nicht weg das wäre ja zu geil was ist jetzt hier los oh und irgendwelche drohnen hier zwei habe ich schon weg ah shit aber man spawnt ja ziemlich schnell wieder das geht ja ja nix ist auch weg noch eine weg noch eine weg noch eine jawohl sehr schön sehr schön und jetzt jetzt müssen wir hier rein ne das krasse ist mein englisch hört sich bestimmt genauso an ich spreche ja er ist sorry ich sahle ihn er war echt aber wie wie kann er sein er ist massimo murena die italienische die roma ist das wie seine Geschichte end das nicht richtig wir nie auch keine schlechte idee jetzt ist er der held will take revenge won't ja hi its wordt he would have wanted take these my friend oh from Massimo Murena nice hm viel fernrohr ist aber ganz geil dass man so endlich mal wieder eine story zusammen spielt ich wollte schon immer mal hier schießen was find der jetzt hier, was find ich hier ätzend ist hier noch einer ja alter oh wenn ihr eben gar nicht weg herkommen ist hier irgendwo energie oder so ah da das ist sicher ich hab nicht gesehen doch hier gibt es energie ah ist ja gut jawohl da konnte man aber richtig schön draufrotzen naja man let's go up here some reden die eigentlich bei dir deutsch oder englisch ne englisch ja so ein gebrochenes ne also let's go up here some mal auf ja uh oh so so ja kommt nur ja kommt nur da haben die echt mal ein spiel gebastelt ja ich sag's ja wow wow what a lovely view planet earth baby there's no place like it so eine kassette die war mal mit ja da ist nichts davon sehr viel ja schöne aussicht weren't ja 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 ich revolution Reloading. Scheiße, ich gucke eben zu dem Typen auf dem Dach. Und hier sind ja auch noch tausend Leute. Oh, ha. Das ist ein fettes Tier. Sieht aus wie ein Ad-Ad von Star Wars. Ja. Was zum Einsammeln? Hier unten geht es schon weiter, ne? Ich denke mal. Ja. Hier ist keine Zeit für Urlaub. Nee. No, Schnauze. Message kann er sich sonst wo entklemmen. Ist denn da, wo die Sonne nicht scheint? Ist aber so von der Machart. Also, der Typ, der erinnert mich ein bisschen an Duke Nukem irgendwie. Stimmt, ja. Ist schon so als... Anerken... Anlehnung daran. Ja, ha. Das heißt, mehr Schüttling. Tolle Socken hat er an.